herzlich willkommen zurück zur nächsten folge endlich haben wir wochenende und ein bisschen mehr zeit zu streamen und zu let's playen werden wir mal gucken wo es hier weitergeht heute ja ich will mich erst mal ganz herzlich bedanken eurem feedback ihr habt ja so die kommentare schon geschrieben so hätte ich gar nicht gedacht mensch dann ist man natürlich motiviert immer noch ein bisschen mehr zu machen noch ein bisschen mehr zu quatschen so motiviert den richtigen weg zu finden ist man natürlich auch immer nur hat man nicht immer gleich so nachdem wir hier den ganzen raum ausgelöscht haben können wir uns ja in aller ruhe umsehen so mein Schuss es ist doch verrückt Soldaten aufzuhängen wenn Leute verzweifelt genug sind sind sie zu fast allem bereit die Leute die protestierten ich glaube schon mal sehen wo sie hinführt pass gut auf wenn du springst sie können schon mal keine munition mehr hier haben wir noch einen Schuss meine Güte wir stürzen hier einfach in unser Unglück runter 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 ah die Brücke guck schon näher da sind noch mehr und auch sie nutzen die ominösen Bretter die überall rumliegen okay sie haben uns nicht gesehen da ist die Brücke wir sind jetzt näher dran glaube ich dann weiter so na komm das ist schon immer schrecklich gemacht ich bin ja jedes mal neu beeindruckt wenn du mir aufhielst kann ich das brett bewegen diese kleinen Grafiktupfer zwischendrin was wenn du das brett bewegst ja warte hier mal sehen wo das hinführt ah da hinten nein die Güte L3 nein die Güte das finde ich immer ganz nett gemacht das ist ja oh was für ein Scheißort da strankt er sich in ab schön durch die Enten grütze was war das denn grad steig auf wir gehen durchs Hotel okay keine Angst du fällst schon nicht runter ich das brett so hin wie die also das ist dass man immer warten muss bis die das brett da hinlegt und nicht einfach auch so aufsteigen kann wie sie ach da durch jetzt müssen wir noch irgendwie hoch was 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 jetzt los hä was ist er nicht was das ist das ist also ach ich Welch erstaunen? Nein, was zur Hölle ist denn das? Das ist schon wieder jetzt unfassbar nervig. Oh, ehrlich? Ja, guter Kaffee ist ganz wichtig. Na, kommst du jetzt hier, oder? Was ist das los mit ihm? Ach, man möchte... Hä, was? Ach, es geht doch da rüber. Meine Güte. Was zur Hölle ist los mit ihm? Ey, das gibt's doch nicht. Erste Geduldsprobe hier wieder mal. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir nicht so. Alles klar, Ellie. Komm runter. So, die drei Herren hier. Nee. Also doch. Ja, kommen wir doch hoch. Nein, ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Oh, sorry. Ich vermisse Kaffee. Ganz wichtig, dass wir die Frequenz noch mal mit reinbringen. Ah, eine Leiter. Wahnsinn. Das Spiel schafft Neuron. Und jetzt doch. Vorsichtig. Hau ein Mist. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Wir wollen ja Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir das. Ja? Okay. Wie auch immer. Oh. Hat er nicht gehört? Hat er nicht gehört? Zack. Verdammt. So, diesmal werden wir es mal ein bisschen sneaky erschaffen hier, denke ich. Wir sind ja immer für die Radikal-Methode beteiligt. Alles klar. Die Gärten haben Trottenfrüchte übrig. Aber gerne doch. Oh, oh Gott. Der Mann mit der Latte. Nein. Zack. So, das haben wir. Halt, hier war das. Oh, oh Gott. Mensch, hier gibts immer nüchtern, die könnten immer n bisschen mehr verstecken, eh, die vorne. Oh. Na, das ist mir. Die machen wir einfach so platt. Was ist los, Mann? Jawoll. Ah, das Eisenstänkchen ist natürlich ein bisschen... Er ist da drüben! Was? Oh. Oh. Greift seine Flanke an! Na, komm her. Ja, ja. Na, komm her. Ah! Ah, fuck! Oh, ah, fuck! Wo kommt der denn her? Weg, 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 weg! Nein! Okay. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, oh, Munition. Perfekt. Noch mehr? Ne. So, guck mal, jetzt ist der andere Vogel hier schon fast vorne. Ah, ich muss ja da lang gehen, warte, warte. So. 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 Perfekt. Perfekt. Was ist denn? Was ist denn die wir wieder am Anfang? Ne. 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 Also... Ne. 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 Oder weil ich hier rumgesprintet bin? Hm, guck mal! Wie lustig ist denn das? NEIN! Nein, 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 nein! Mist! Oh man! Geh mal! Oh scheiße! Oh! Verdammt! Ah! Okay, bitteschön! Ja, erstmal Medi-Pack-Gun! So! Gut, ich hör doch hier schon wieder Stimme! Wo ist dieser Tür? Warum hat der ne Kiste denn an? Hä? Oh mein Gott! Und zack! Jawoll! Hat er nicht gedacht! So! Alter! Drei Leute oder was? Eigentlich will ich sie einfach abknallen und dann ist gut! Mit der knall warst du schlauzt! Ja! Jawoll! Was? Wo ist hier noch einer? Der hat gesessen Oh 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 Sag mal, haben die ein Nest hier? Also hier kommen immer mehr Hey, schnapp den! Du Mistkerl! Da hinten? Mein Gott Wieso haben die immer den Aufgeschlag? Das gibt's doch gar nicht Hör mal Wir können das doch regeln, oder? Nee So regeln wir das, mein Freund Oh Oh nee Okay Okay, jetzt bauen Oh ja Perfekt Hä 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 Ach, hat er doch mal schön geheilt Okay Jawohl Jawohl Muni So, aber so langsam müsste hier auch mal gut sein mit den Leuten Das man sich immer zuerst für die falsche Richtung entscheidet, das ist ja unfassbar Ah ja Ah ja Ok Gut 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 Rohe Gut Protection Gut 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 Ob das so eine gute Idee ist? Mal sehen, wo wir landen. Das wird ganz schön eng, aber, na komm. Und gleich stützt das Ding noch ab, kann mir noch keiner anziehen. Das wäre auch ein Ding. Am Ende geht's. Runter in den Keller gerast, alles voller Zombies. Der bester. Fuck, zur Hölle. Es passiert doch. Alter. Joel! Joel! Mir geht's gut! Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Ich... Ich geh mal runter, okay? Nein! Bleib da oben! Ich komm auch zu dir! Ich versuch's! Ich versuch's! Okay. Wohin jetzt? Ah, ein Lämpchen. So. Da. Ich versuch's! Na, okay. Nein, ich mach es nicht. Ein ganz schönes... Modriger Keller. Schön im Leichenwasser. Vielleicht der durchkam. Ich muss irgendwie das Turm gehen. Ich muss die Turm gehen. Also, das ist schon wieder eine Wunderprojizierung und irgendwas stimmt wieder nicht mit dem Klicken. Keine Ahnung. Wozu? Aha. Sehr nice. Verdammt. Oh no. Ehh. Das hört sich gar nicht gut an. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.